Hier sind Sie, unsere Nominierten für das beste Catering. Wer vorher keinen Hunger hatte, dann bestimmt jetzt. Wer nimmt den heißbegehrten goldenen Apfel mit nach Hause? Und der Apfel geht an. Herzlichen Glückwunsch. Nachhaltigkeit und Authentizität. Zwei eher ideologiebehaftete Kommunikationsziele des Auftraggebers Rewe wurden in dem Konzept Streetlife mit einem Augenzwinkern und viel Liebe zum Detail umgesetzt. Unaufgeregt und konsequent, humorvoll und charmant. So das Votum der Jury zu Bars aus Paletten stapeln, Suppen in Dosen, Brot in Papiertüten und Servicepersonal in Jeans und Strickmütze. Wir haben ja schon zugegeben, dass wir ein bisschen Hunger kriegen, schön langsam. Wir freuen uns alle auf das leckere Buffet nachher. Kann man denn überhaupt als Mann und als Frau vom Fach sich zurücklehnen und auf so einer Veranstaltung genießen? Oder sieht man das immer mit den Augen eines Experten? Also das lässt sich mit Sicherheit nicht vermeiden, dass man immer mit den Augen eines Experten guckt. Aber genießen in jedem Fall. Was ist denn Ihre Lieblingskreation von Ihnen selber jetzt? Was würden Sie hier empfehlen? Boah, unser Spektrum ist so groß. Wenn ich mich den ganzen Tag in der Küche aufhalten würde, wäre ich wahrscheinlich dreimal so dick. Dann belassen wir es auch dabei. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Vielen Dank.